Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Wir wollen heute den Pego Mustax zähmen und irgendwie habe ich ihn aus den Augen verloren. Er hat mir eben auch schon eine Sache geklaut. Und man muss die Bären auf den letzten Item Slot legen und dann muss man warten, bis er sich die selbst klaut. Und so zähmt man ihn wohl. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wo der von eben tatsächlich hin ist. Ich werde mich jetzt hier mal postieren und gucken, weil eigentlich müsste er ja mal in der Nähe sein. Aber der ist irgendwie futsch. Der ist nämlich auch eine Passivzähmung, aber... Ich habe keine Ahnung, wo der so schnell hingedackelt ist. Wie gesagt, notfalls muss ich jetzt nochmal dann sucht gehen. Irgendwie hat er sich mit seiner Beute aus dem Staub gemacht. Ja, scheinst du, dass er über alle Berge ist? Unglaublich. Na gut, dann werde ich nochmal einen Pego Mustax suchen, wo auch immer der hin ist, den ich eben hatte. Der dachte sich, oh, Beute, Glänziges. Und weg damit. Ja, sei es drum. Ich suche dann nochmal einen neuen. Das gleich tatsächlich. Passt auf, dann klaut er mir wieder etwas und dann ist er wieder verschwunden. Super. Okay, da haben wir den Kleinen. Er hat mir jetzt zweimal... Oh, süß! Wie er das in den Händen hält. Oh mein Gott, wie cute ist das? Oh mein Gott, ist das süß! Oh mein Gott, wie knuffig. Er hat mir jetzt... Zweimal hat er mir Matcha-Berries geklaut. Und dann konnte ich ihn dadurch zähmen, aber man muss halt wirklich aufpassen. Also die klauen wohl auch gerne andere Sachen. Was haben wir denn hier? Pick-up. Regular Pick-pocketing. Okay. Also man kann sie auch auf die Schulter nehmen. Oh, wie süß hocken die denn da drauf. Vor allem, wenn man sich dann bückt. Süß. Wie gesagt, man kann sie dann auf die Schulter... Ich weiß auch, dass man... Ähm... Na komm. Weißt du nicht, mit Doppel-R wieder zum Runterschmeißen? Eigentlich schon. Äh, ja, super. Ich kriege ihn nicht wieder runter. Haben sie das geändert mit Doppel-R? Ähm... Was wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal sagen? Ich hab's vergessen. Jetzt dadurch, dass ich ihn jetzt nicht runterkriege. Hallo? Möchtest du bitte von mir runtergehen? Ja? Nein? Vielleicht? Klasse, ich krieg ihn nicht mehr runter. Haben sie das vielleicht echt geändert mit Doppel-R? Also eigentlich war mir... Doppel-R immer bekannt, aber Yggdvi ja nicht. Ich krieg ihn nicht mehr runter. Klasse. Ah, wie er den... Den schweift er doch so. Okay, ähm, da, wo er jetzt ist, ich sag mal nichts. Aber warum krieg ich den denn jetzt nicht runter? Doppel-R, ich will doch gucken, was du kannst. Muss ich mir jetzt erst noch einen neuen schnappen, weil ich dich nicht runterkriege, oder was? Äh, ja, scheinbar weiß ich nicht mehr die Taste, wie man ihn runterbekommt. Ob es großartig ist. Nicht. Ja, nun. Na? Dann haben wir ihn halt jetzt erstmal auf der Schulter. Vielleicht schnapp ich mir den einfach noch ein und dann gucken wir uns den dann mal an. Fail. Es ist gar nicht. Ich bin jetzt mal. Also wenn ich... Mal. Okay. Ja. Ich bin jetzt. Oh Gott. Ich bin jetzt natürlich hier. Ich bin jetzt hierher. Ich bin jetzt hierher. Ich bin jetzt hierher. Ich bin jetzt hierher. Das war's für heute. 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 Bis dann. Bis dann. Bis dann.